Wo ist er denn? Ihr Kollege, der dieses Auge... Ja, Philipp. Genau, Philipp. Mein Mann, sozusagen. Verstehe. Ja, und dann wurde ihm schlecht und er ist rausgegangen. Oh, Mist, das war sicher das Sushi heute Mittag. Er hat noch gesagt, ach, das war das Sushi von heute, sozusagen. Ich hab das Sushi doch diesmal selbst gemacht, sozusagen. Okay, dann ist er sozusagen zu Hause. Ich bin dann auch mal weg. Danke. Sagt hier jetzt jeder alle zwei Sekunden, sozusagen? Nein, nein, es ist mir auch aufgefallen. Nervig.